Ich heiße Karin Bauer, bin die Leitung der stationären Schmerztherapie für chronische Schmerzen. Wir arbeiten eng in einem Team mit Psychologen, Ärzten, Physiotherapeuten und Sporttherapeuten zusammen. Der Patient soll den Umgang mit seinen Schmerzen im Alltag erlernen. Es macht Spaß, den Patienten verschiedene Schmerzbewältigungsstrategien zu vermitteln, zum Beispiel die Muskelentspannung nach Jakobsen. Das macht unsere Arbeit zu vielfältig. Mein Name ist Andrea Burgstaller und ich arbeite als Leitung der Schmerztagesklinik in Tutsing. Wir behandeln stationäre und ambulante Patienten, die am gleichen Tag wieder entlassen werden können. Wir assistieren und überwachen Patienten mit Infiltrationen, therapieren mit speziellen Schmerzpflastern und machen Schulungen, zum Beispiel zum Thema Ernährung und Genusstraining. Diese verschiedenen Aufgaben macht unser Beruf sehr interessant und abwechslungsreich.